Jürgen Ertelt, Medien- und Sozialpädagoge, in der Medienpädagoge schon weit über 30 Jahre aktiv. Immer noch Neues zu entdecken und viele Themen wiederholen sich, aber mit neuen Perspektiven und neuen Argumenten, mit neuen Eindrücken. Es langweilt mich weiterhin nicht und arbeite derzeit als Projektkoordinator bei IHAB, Fachstelle für internationale Jugendarbeit in Bonn und dort im Projekt JUSBAD, digitale Jugendbeteiligung beschäftigt. Ja, ich bin mittlerweile so auf dem Weg, dass Medienpädagogik schon auch mehr politisch aktiv werden sollte. Das heißt, Medien zu nutzen, um sich in gesellschaftliche Diskussionen einbringen zu können, artikulieren mit Medien und dazu braucht es Strukturen, damit eben halt nicht nur etwas gesagt wird, sondern es auch eine Wirksamkeit entfalten kann. Und da ist die Baustelle, auf der ich mich gerade bewege, zu schauen, wie schafft man es eben halt im Zusammenhang mit den Diskussionen um Open Government, auch Partizipationen Jugendlicher zu verankern, quasi die Generation, die Open Government, was jetzt noch Konzept ist, aber noch nicht stattfindet, dann auch leben soll. Dass die auch jetzt schon mitgedacht wird, eingebunden wird und Verfahren implementiert werden, die es zulassen, dass eben halt tatsächlich eigene Standpunkte, eigene Positionen von Jugendlichen Einzug ins Gesetzgebungsverfahren finden. Das hört sich immer so groß an mit Gesetzgebungsverfahren. Es geht jetzt nicht um Landes- und Bundesrecht, sondern einfach mal auf lokaler, kommunaler Ebene. Na ja, es werden auch da hauptsächlich politische Sachen sein, mit denen wir uns befassen müssen. Also wir haben heute ja auch beim Gautinger Internet-Treffen, ich sitze gerade im Saal an einem Instrument, was ich gerne spielen würde, es aber nicht kann, aber ich höre es gerne. Das heißt, ich spiele eigentlich gar kein Instrument außer MP3-Dateien. Und beim Gautinger Internet-Treffen war passend auch was zum Thema Urheberrecht und die ganzen Dimensionen. Und das ist etwas, wo wir zwingend auch als Medienpädagogen dran müssen. Das heißt, die Frage ist eben halt der Nutzungsrechte von Medienpädigten und wie kann ich auch eigene Formen der Verteilung dann finden? Reichen da Creative Commons Lizenzen? Müssen vielleicht auch andere Modelle her? Braucht es nicht doch tatsächlich auch eben halt eine Erneuerung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter, um Rechtssicherheit zu erlangen? Auch für medienpädagogische Produkte, die wir mit Kindern und Jugendlichen erstellen. Auch dass wir da einen Freiraum haben für Remixe, für neue Interpretationen. Ja, wir dürfen nicht hingehen und es einfach annehmen, ein altes Recht und damit aufgeben, die Chancen, die wir auf eine veränderte Kultur, auch auf Entstehung neuer Jugendkulturen, dann auch als Option hätten und sehe das auch als eine wichtige Aufgabe. Ansonsten, alles wird mobil, das ist auch klar. Es wird überall stattfinden, es wird nicht mehr Raum gebunden, nicht mehr Tisch gebunden sein. Und von daher kommen auch ganz neue Optionen des Zusammenfindens. Vielleicht gibt es dann auch wieder Mischformen mit analogen Medien, mit Theater, mit Tanz, mit Kunstperformance. Das ist möglich. Das ist eben halt das, was eine ganze Zeit lang vielleicht auch ein bisschen digitales Ghetto war, weil es zu sehr Bildschirm- und Tischgebunden stattgefunden hat, dass sich das loslöst und neue Formen des medialen Kommunizierens mit sich bringt. Das ist ein ganz dickes Jungs. Das ist ein ganz dickes Jungs. Das ist ein ganz dickes Jungs. Bis zum nächsten Mal.